Die Italiener, Kongstal, Franova führen vor den Amerikanern und den Ungarn. Lediglich auf Platz 4 hat sich etwas bewegt. Die Italiener, die Filippo haben jetzt den vierten Platz alleine, vor den Russen und unseren deutschen Meistern weiter auf Platz 6. Und genau dieses Paar wollen wir Ihnen jetzt zum Genießen ganz in Ruhe bei der erotischen Rumba zeigen. Und da haben unsere Kameras nur auf diese zwei gut aussehenden Sportler vom Tanzsportzentrum Kalf gerichtet. Musik Ein sehr schöner Blick auf diese Rumba unserer deutschen Meister. Wunderbar getanzt von Jesper, Birke Heuer und Anna Kravchenko. Und eins muss man auch als Lob loswerden, die Musik ist ja die Luft zum Leben für diese Tänzer auf dem Parkett.